Gut, er ist jetzt nicht so beharrt. Also bei ihm ist die Beharrung einfach runtergerutscht. Genau, ich habe zu stark genossen. Und das ist der letzte. Ah, Heitrank gewesen. Und den hat er mir auch noch weggenommen. Ich befürchte echt, wir müssen gleich mal nochmal den Ausflug zum Schmied machen und diese Waffe upgraden, weil... Ups. Und das trotz Backstep ist schon möglich, aber langwierig. Und wahrscheinlich auch für unsere lieben Zuschauer hier ein wenig langweilig. Warum? Gut, 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 gut. Aber warum musstest du jetzt gerade eindrehen? Übrigens auch ein sehr, sehr geiles Schild, was der Mann da trägt. Kann man das bei dem auch kriegen? Ja. Also man kann eigentlich fast alles, was man so an Waffen in diesem Spiel an... Nein! ...gegnern sieht, kann man eigentlich auch auf die... Das war doch. Da hat er die gleiche Kombination genutzt. Auf die eine oder andere Farbe, äh, gibt's mal rüber? Äh, erfarmen und dementsprechend halt auch benutzen. Äh, Planwechsel, wir gehen jetzt zum Schmieden und rosten unseren Dolch auf. Also bitte nicht mittig durch an der Seite, weil sonst bist du wieder dort. Ach ja, es ist Dark Souls. Haha, immer wieder abgewartet, bis ich genug Energie habe. Maros, wegen der Kontrolleempfehlung für den PC hast du hier gerade zwei Meinungen sitzen. Stark Geschmackssache. Also ich persönlich bin absoluter Fan des Xbox 360 Pads. Ich bin so zufrieden und so glücklich darüber, mir das damals halt für den PC gekauft zu haben. Hat den ganz großen Vorteil, du hast halt in vielen Spielen, gerade so Tomb Raider, Dark Souls und dergleichen, die halt von der Konsole portiert wurden, direkt das perfekte Mapping, ist halt das Layout des Xbox 360 Pads. Mein Freund Erike drüben sagt dann halt, nee, ist kacke, Playstation Kinn. Dementsprechend halt irgendwie dann so ein Third-Party-Ding, wie er da benutzt, oder halt... Product Placement. Genau. Oder was halt dann auch möglich ist, ist dann, wenn du rein zufälligerweise eine Playstation 3 oder 4 benutzt, kannst du diese auch direkt mit dem PC bei Bluetooth koppeln. Genau, Levi sagt mir nicht auch, Xbox for the win. So. Mindestens einer, der auf meiner Seite ist. Ich bin einfach kein Fan von dem Controller, ich mag irgendwie, ich mag die Haptik nicht. Irgendwie hat sich das mir nie erschlossen. Ist ja nicht schlimm, ist ja Geschmackssache. Ja. Ich verurteile Xbox-Controller-Nutzer und ihren schlechten Geschmack nicht. Also, ich habe da jetzt keine Vorurteile gegenüber Xbox-Nutzern. Oder Xbox-Controller-Nutzern. So ist nicht. Übrigens, Death-Counter gefällt der niedrige DMG-Damage-Output. Und warum? Weil wir dann öfter sterben. Ich dachte schon, ich bin das gerade fast durch das Nest gerollt und wäre dann hinten einfach rausgefallen. Ich hätte dich so ausgelacht. Ich hätte dich so ausgelacht. Nein, Wiebke, warum fällst du mir in den Rücken? Ich habe dir getraut. Und sie hat gerade gesagt, dass man einem Playstation 1 bzw. 2-Controller auch ziemlich einfach eine PC anschließen kann, wenn man einen entsprechenden Adapter hat. Sie gehört auch der bester Schafat zu hören. Dich finde ich gut. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Bitte schön. Death-Counter! Do your thing! Das ist sehr nice. Oh, scheiße! Mann! Das war wunderhübsch, war das. Aber es war hübscher als das da jetzt. Das muss man ja auch mal sagen. Hey, ich bin da gut durchgerollt. Jetzt sehen wir nochmal einen tiefen Schluck aus der Flasche. Rollen wir mal nach vorne, falls mir einer hinterher gekommen ist. Und lege ich mir jetzt nicht. So, damit wäre die Pizza auch deplietet. Ja, dann. Mit meiner Camping-Norba. Bevor ich dir alle weglasse, bitteschön. Pizza ruhig. Hey, guck mal! Verlorene Seelen! Ja! Wie kommen die denn da hin? Ich hab keine Ahnung! Das sah richtig aus vom Spiel. Guck mal, ohne Schaden zu nehmen. Ja, gut, fast. Da hast du einen weiteren... Oh, da ist er schon weg. Geist eines Mitspielers gehabt. Ah! Okay. Ich wollte gerade schon fragen. Ja. Das sind dann halt entsprechend die Phantome und die Geisterbilder der entsprechenden Mitspieler. Aber wie immer erwähnt, man kann sie halt auch entsprechend in seine Welt holen, wenn sie einen Summon-Sign. Also... Moment... So, was wir auf den Boden machen würden, da wir jetzt momentan nicht menschlich sind, können wir das nicht. Hm. Zack. Ähm. Ja. Velaya. Liebke. Das ist auch das so, Liebke, okay. Aber damit hat er als Konsole dann einfach reingewachsen. Ja, warum auch nicht? Ja, gut, wie gesagt, ich bin als Kind eigentlich auch mit der Playstation 1 groß geworden. Dementsprechend, ich hatte halt auch vorher einen Playstation-Controller, bevor ich halt einen Xbox-Controller hatte. Also vorher hat er Geschmack gehabt und dann kam Xbox. Guck genau zu, Erik. Guck genau zu. Ja. Und halt auch einfach grunddessen Microsoft, Microsoft, eine Xbox-Controller für PC ist halt auch einfacher oder war zumindest früher so. Wie gesagt, klar, gibt es durch Adapter und alles auch relativ einfache Plug-and-Play-Konstruktionen mittlerweile. Und wie gesagt, der Xbox-360-Controller, wobei du für den Playstation 3-Controller immer noch eine Third-Party-App brauchst. Das ist richtig. Den Xbox 360-Pad schließt du an, funktioniert. Deswegen habe ich diesen Controller, der hat das Playstation-Layout, ist sehr, sehr gut. Und der ist nackt. Ja. Auch schön. Nackt ist per se nicht immer schlecht, auch wenn ich sagen muss, wenn das jetzt nicht gerade ein Kerl gewesen wäre, hätte ich es bevorzugt. Aber egal. So. Ausrüstung, Umwandel, nein, Waffen verstärken. So, wir können jetzt mit den 7 Zetanit-Scherben, die wir da haben, können wir jetzt plus 1, plus 2, plus 3 und plus 4. Und jetzt ist es auch besser als ein Kurzschwert, vom Schaden her. Ja, beziehungsweise auf einem Level jetzt momentan. Ah ja, genau, richtig. Genau. Gut, jetzt würden uns halt noch 2 Scherben fehlen. Jetzt bin ich gerade am gucken. Gut, müssten wir jetzt die Seelen entsprechen, die 2 Scherben, aber ich sag mal so ein plus 4 Ding, das macht schon ordentlich was aus. Zumal das ja jetzt auch ein Damage-Boost gekriegt hat. Genau, also da macht zum Beispiel jetzt momentan unsere rechte Hand mit dem normalen Eingriff schon 104 Schaden. Also das ist jetzt schon ein Unterschied. Ja. Das könnte jetzt ein bisschen besser laufen. Erkennix sagt jetzt gerade, für den Playstation 4 Controller braucht man nichts mehr. Echt? Okay, kann ich nichts zu sagen, ich besitze keine Playstation 4. Nur eine Playstation 3. Demon's Souls. Wobei Playstation 4 halt auch wieder interessant wäre, wenn ich dann mal Bloodborne zocken möchte. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich zu viel Geld übrig habe oder die auch entsprechend wieder so zwischen 100, 200 Euro nur noch kostet. Dann überlege ich vielleicht auch nochmal, mir eine entsprechende Playstation 4 zu kaufen. Und zack. Oh ja, das merkt man aber heftig, den Unterschied. Ja. Das ist ein guter, guter Anstieg gewesen. Wenn man überlegt, wir haben immer drei Schläge gebraucht, um in den 50er Bereich zu kommen. Jetzt machen wir zwei Schläge und sind schon über die 50 hinaus. Ja. Dementsprechend können wir jetzt gut gestärkt zurück zum Asylium-Dämon. Und damit wäre dann diese Folge auch erstmal wieder beendet, wenn ich so auf die Uhr gucke. Okay, gehen wir hin. Moro X schreibt? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Jetzt weiß ich leider nicht genau, worauf sich das bezieht. Auf jetzt die Aussage von Levi, dass du mich töten sollst, weil ich doof bin. Oder mache ich dann, wenn die Kameras auch sind, Levi. Du weißt ja, man sollte keine Beweismittel hinterlassen. Das wäre irgendwie unklug. Aber auch das Ankündigen, was aufs Stream mehrere Leute mitbekommen ist, ist jetzt auch nicht so intelligent. Haha, Joke. It's a prank, bro. Ja, genau. Die Kameras sind an. Wenn die 4,5 rauskommt, kannst du ein Stämpchen machen mit der PS4. Wahrscheinlich. So wie immer. Die 4,5. Stimmt, so slim Varianten. Genau, slim Varianten oder diese Abwandlung dann davon. Genau. Dieses typische Prinzip von, wir bringen die Konsole raus und bauen sie einfach nochmal um, weil wir bemerkt haben, dass wir doch noch ein bisschen was machen können. Ja, gab es ja damals mit der Xbox 360 und Xbox 360 Elite dann auch entsprechend. So, eh ne mit dem Mo und drauf bin ich. Zu der Frage, Morik, da kann ich nur sagen, keine Ahnung, fragt die Person, die es gesagt hat. Ich kann es dir nicht beantworten. Was war denn die Frage? Er sagte gerade, zum Ersten. Also, wieso das denn? Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich zuerst genannt habe. Ob ich zuerst genannt hatte, dass Levi gesagt hat, dass du mich töten sollst, weil ich doof bin? Oder? Ja doch, ich hatte das mit Levi, glaube ich, zuerst gesagt. Achso, wieso sollte man den Rechten töten? Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass Levi als auch mit Xbox Fan, wie hier eben entsprechend auch der Herz zu meiner Rechten, zu eurer Linken, auch ein Xbox Fan ist und ich halt eben gerade gesagt habe, Xbox User haben keinen Geschmack. Das kann man so sehen, ist aber meine persönliche Meinung. Man könnte auch sagen, es ist Geschmackssache. Genau, richtig. So, jetzt gucken wir doch mal, wie unsere Fackelträger hier vorne auf unsere neuen Deutschregie. Guck mal, es kommt schon ganz freund. Hey, 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 guck mal, den kenne ich, 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 den kenne ich. Oh, und nur für den Fall, dass es wirklich nicht verstanden sein sollte, das ist auch mit ein bisschen Selbstironie. Natürlich meine ich das nicht ernst. Ich habe nichts gegen Xbox Nutzer oder Playstation Nutzer oder was auch immer. Wollte ich an der Stelle nur noch mal wieder bedroht haben. Aber ja, die fallen jetzt deutlich schneller um. Und wir können auch viel mehr zuhauen, kann das sein, dass wir auch von der Benutzung... Nein, das hat damit wenig zu tun, ich haue nur generell meistens nur so zwei, drei Schläge raus. Aber prinzipiell kannst du halt mit deinem Deutsch auch immer relativ viel zuhauen. Das ist jetzt halt auch einfach Gewöhnungssache, weil, wie gesagt, mit der Klasse, mit einem Deutsch, habe ich bisher noch nicht wirklich viel gespielt. So, balla, da war ja noch einer. Guck, guck. Nicht nur einer. Ach, du wolltest auch noch aus morgen. Komm, 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 zack. Einmal rektal-Untersuchung, bitte. So. Dann gehen wir jetzt mal ins Lagerfeuerchen. Zack. So, ich gucke mal kurz. Oh, da sind aber noch einiges an Seelen übrig, bevor wir da aufleben können. So, denk, 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 denk. Nein, den. Also, es gibt halt zwei schwarze Ritter. Ah, okay, ja, Erik hat recht, ich gehe ja schon wieder zurück zum Lagerfeuer. Jetzt bin wir ja. Dann lege ich Erik mal kurz das Pad hier hin. Ich muss da mal wohin, du. Er macht die Abmod. Genau. Erstmal, Levi, ich muss um 10 Uhr weg Supergirl gucken. Mach, was dir Spaß macht. Dafür ist das Leben da. Und für alle auf YouTube, das ist das Ende der Folge. Schön, dass ihr da mal reingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen den Dolch verbessert, uns hier so ein bisschen umgeguckt, natürlich wieder auf die Fresse und kriegt, das ist Dark Souls, was erwartet man noch anderes. Gerade von jemandem, der das Spiel halt zum ersten Mal wirklich spielt. Aber wir machen trotzdem immer wieder weiter Fortschritte, verlieren nicht mehr ganz so viele Seelen bislang, aber wir haben auch noch nicht den nächsten großen Gegner gefunden. Von daher mal gucken, was die Zukunft bringt. Wobei, wir haben ja jetzt noch hier den Asylums-Dämon vor uns. Ich denke, dass wir den auch als nächstes angehen werden. Schauen wir einfach mal, beziehungsweise erstmal den Dark Knight, der uns da so ein bisschen zerprügelt hat. Damit werden wir auch erstmal weitermachen. Euch auf YouTube würde ich sagen, gerne bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Danke fürs Reinschalten. Und für alle auf Twitch, für euch geht es jetzt direkt weiter. Und ja, bis gleich. Ihr müsst das Lagerfeuerlied singen. Also wenn ich jetzt mit der magischen Miesmuschel anfange, Levi, dann wird das ganz skurril. Kannst ruhig dazukommen. Die Anmodation mache ich sofort, weil dann bist du auch wieder da. Ich wollte halt die Anmodation, die ich dann bei der Anmodation reinkomme. Achso, ja, kannst du auch machen. Wie du möchtest. Der Controller für der PS war immer zu klein für meine Hände. Der war immer der einzige Grund für meine Konsolenentscheidung. Ah, okay. Wenn man große Hände hat, dann ist das halt so. Und da mache ich jetzt die Anmoderation entsprechend für YouTube. Nicht wundern. Damit willkommen bei einer weiteren Runde Dark Souls hier auf dem Kanal. Wir sind wieder unterwegs. Zusammen mit dem guten... Rex. Der sich hier schwungvoll auf die Couch schmeißt. Für euch, für uns. Wer das Loch gefunden hat. Genau. Er findet das Loch. Ich gebe ihm den Controller. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ha, was für ein Wunder. Und zwar wollen wir den Schwarzen Ritter einfach mal mit unserem neuen Dolch gehöre ich die Leviten lesen. Genau. Ich hoffe mal, das wird jetzt ein klein wenig besser funktionieren. Hoffen wir doch mal. Wir machen auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Hat man ja vorhin oder in der letzten Folge bei den einfachen Gegnern gemerkt. Man hat auch gemerkt, der Schwarze Ritter hat sehr, sehr wenig Schaden von uns vorher genommen. Aber ich denke, so ein Dolch plus 4, das könnte schon mal werden. Erstmal das Ritterchen hier anvisieren. Ei-Retter. Einer Trigger. Dadurch, dass du ja bislang noch nicht so viele Dolchwaffen genutzt hast, weißt du denn überhaupt, wo es hier einen guten Dolch sonst noch gibt? Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich weiß eigentlich nur entsprechend von dem Uchi-Katana, was halt eine sehr, sehr gute Dex-Waffe ist. Ich weiß von dem Claymore, was halt eine sehr, sehr gute Thranks-Waffe ist. Aber jetzt so ein rein Dolch, müsste ich mich auch entsprechend nacken. Und dann, du, 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 Pfeige Sauf, komm her. Da unten kämpft er mit mir, komm. Na, wo will er hin? Guck der da sein. Der hat keinen Bock. Er weiß, dass er unten eine entsprechende Fresse riechen könnte und das will er nicht. Ja. Madosk sagt, er ist außerdem eine PC-Grafik-Huhr. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Wollte ich gerade sagen. Also ich bin auch, also ich besitze diverse Konsolen, also Xbox 360, Playstation 3, Mega Drive und eine Dreamcast. Aber ich bin eigentlich, was das angeht, auch wirklich ein absoluter PC-Zocker. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, definitiv. Dementsprechend also, ich benutze die Konsolen, sie stehen halt da. Gerade für so Konsolen, exklusive Dinger, wie jetzt halt das da unten liegende Demon's Souls, benutze ich sie halt sehr gerne. Aber wenn ich halt die Wahl habe zwischen Konsole und PC-Zocken, nehme ich halt immer den PC. Hat auch bei mir damit zu tun, der PC ist halt ähnlich wie bei Erik hier direkt am Fernseher angeschlossen. Und dementsprechend ist auch Couch-Gaming am PC ohne weiteres möglich. Richtig. Und Madosk, wenn du auch so ein PC-Grafik-Fan bist, kann ich dir nur empfehlen. Ich streame auch ab und zu Skyrim. Müsste ich mal wieder machen. Und da habe ich auch den Skyrim hochgezüchtet, wie es gerade mein PC zulässt. Das ist nun mal einfach ein Spiel, was nach wie vor sehr, sehr viel Spaß macht. Mir persönlich zumindest, für Rollenspiel-Fans. Und halt auch grafisch durch die ganzen Mods, ENBs und wie sie alle heißen, noch eine sehr, sehr große Menge zu bieten hat, grafisch. Guck mal, Erik, ein toter schwarzer Ritter. Ja, das ist richtig. Und der Erkanix sagt jetzt gerade, um 100 Schaden mehr beim Backstabben. Ihr cheatet doch. Nö. Einfach nein. Haben wir nicht. Und jetzt haben wir übrigens einen roten Brocken gekriegt, wie man sieht. Dup, 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 dup. Wo ist er? Roter, 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 roter. Okay, dann vielleicht in dem anderen Menü. Da. Genau, hier haben wir noch eine kleine Scherbe. Wir haben grauer Brocken, was quasi dann das nächsthöhere ist zur kleinen Scherbe. Und wir haben einen roten Brocken. Damit kann man prinzipiell Feuerwaffen herstellen. Das hat auch sehr, sehr schönes. Und Funkeltitanit, Funkeltitanit, ist doch mal ein Spezialdings, wenn du halt wirklich zum Beispiel das Drachenschwert oder halt spezielle Bosswaffen, die sind natürlich nicht nur so Mainstream wie so ein kleiner Dolch, sondern brauchen entsprechend spezielle Ristussen, die sehr, sehr selten sind. Also Funkeltitanit kannst du sehr, sehr schwer farmen. So eine kleine Scherbe großer Brocken, die kriegst du nachher in der eingeschmissen. Das sieht man ja auch, stand da ja sonst nicht verstärkbare Waffen. Trotzdem nochmal plus fünf mit dem Funkeltitanit. Also das ist schon was Besonderes. Genau. Und Levi fragt, was haltet ihr von Herr der Ringe? Ich bin mega Fan. Ganz ehrlich, ich finde Herr der Ringe ist ein saugeiles Buch. Ich finde auch die Filme definitiv, also die jetzt entsprechend neu gemacht worden sind oder die aktuellen, um es mal so zu sagen, finde ich auch echt nicht schlecht. Natürlich hat ein Buch immer mehr Möglichkeiten, als das ein Film darstellen kann. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan, sowohl vom Hobbit, sowie auch entsprechend von Herr der Ringe. Okay, zu meiner Einer. Also die Bücher selber habe ich leider nicht gelesen, hatte ich immer mal auf dem Plan. Aber da fehlte mir schlicht und einfach die Zeit für. Die Filme an sich, gerade die Herr der Ringe Trilogie fand ich persönlich sehr, sehr cool. Den Hobbit selber habe ich den ersten gesehen, bin ich bei eingepennt, muss ich dann einfach so zugeben. Kann aber auch an meiner damaligen Stimmung entsprechend gelegen haben, ich war da nicht der wachste. Und den Hobbit 2 habe ich halt noch auf der Liste, Hobbit 3 soll ja schon nicht mehr ganz so gut gewesen sein. Dementsprechend, ja. Würde ich auch sagen, das ist das Schächste der drei. Ansonsten, wo wir gerade bei Videospielen sind, ich habe mir sogar damals das Herr der Ringe Online-Spiel gekauft, als es released wurde. Fand ich damals sehr, sehr cool umgesetzt. Gerade so, weil man halt auch zum Tänzeln im Pony und dergleichen konnte. Also die ganzen Locations, die man so kannte. Ja. Fand ich sehr, sehr cool. Aber hat mich jetzt halt auch nicht so lange Zeit motiviert und mittlerweile ist es ja auch free to play und schlag mir tot. So, ich gucke jetzt gerade mal, wie viele verpackte Seelen wir haben. Ah ne, das ist nicht wirklich viel, da können wir nicht genug poppen, um ein Leben zu machen. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, auf den Asylium-Dämon und hoffen wir mal, dass wir den packen, Beziehungsweise, dass ich den den vollen packe. Oh, da. Kommt jetzt gleich der Kollege mit? Madosk fragt auch, wie wirkt sich denn die Entfernung in Dark Souls aus? Speer vs. Dolch außer dem Moveset. Sehr krass. Sehr krass. Also, du merkst das halt schon, dass der Dolch wirklich eine nahe Kampf, also eine sehr, sehr krasse nahe Kampfwaffe ist und du halt sehr nah an den Gegner dran musst. Aber ich mache jetzt erstmal hier den kleinen Pisser. Gut, ich kann weg. Ich hoffe, ich nehme jetzt nicht allzu viel Schaden. Ja, danke schön. Da hat der Gegner mir gerade noch geholfen. Und das war dumm. Das war einfach nur dumm. Aber das ist halt genau Dark Souls. Ich war zuvor einig, ich habe nicht aufgepasst, dass da noch einer der Gegner stand, der mir nachgerannt ist, der hat mir jetzt im Bosskampf versaut. Ist ganz einfach so. Ne, also, wie gesagt, Speer ist eigentlich gerade für einen Anfänger eine sehr, sehr gute Waffe, weil Speer den Vorteil hast, du kannst angreifen und den Schild gleichzeitig hochraten. Ganz genau so, pieks, pieks, pieks. Hat gerade als Anfänger natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Wir werden auch später noch den Lightning Spear. Der ist eigentlich eine sehr, sehr coole Waffe, gerade für enge Gänge. Weil, das ist zum Beispiel halt auch, gerade wenn ich wirklich so ein Strengthsbuild, fetter Tank spiele, fettes Schwert. Wenn ich dann in so einem engen Gang bin, wie vorhin mit dem Schwarzen Ritter, dann hast du halt auch einfach Arschkater, weil Kling gegen die Wand, Kling gegen die Wand. Da ist so ein kleiner Durch natürlich um einiges wendiger und praktischer und Speer, der so nach vorne sticht, natürlich umso mehr. Äh, ja. Ja, ich glaube, da hat irgendjemand dich angeflüstert oder keine Ahnung. Ja, gehe ich stark von aus. Da bin ich fest von überzeugt, weil hier auch oben so ein Zeichen ist dafür. Genau, genau. Okay. Der übernimmt bitte den Chat. Ich übernehme jetzt die Gegner. Genau. Ich hoffe nicht, den Chat jetzt gerade genauso wie du vorhin geschlossen hast und jetzt den Backlog nicht mehr hast. Genau, richtig. Übrigens ein sehr doofes Ding, aber das ist nur meine Meinung. Hattest du eigentlich unsere Seelen geholt? Nein. Das ist sehr gut, Erik. Das wäre ja zu einfach. Übrigens auch sehr, sehr fies meiner Meinung nach bei diesem Gegner ist halt. Dass du direkt wieder abgeben darfst? Genau. Genau, dass du halt fällst. Deathcounter, do your thing. Do your double thing. Dass du halt einfach durch den Fall schon mal Schaden nimmst. Genau, deswegen wollte ich in der Ecke, um mich zu reichen. Und, äh, Schatzi, jetzt wo du gerade da bist, ich hoffe, dass du mich auch hörst. Kannst ja gerne mal was kurz schreiben. Geht einfach nur darum, um die, um das Gespräch Katze oder Hund. Es wurde uns der Vorschlag gemacht, den ich immer noch sehr, sehr feiere. Oder einfach, warum nicht einfach ein Panda? Panda, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, dein Schatzi ist immer da. Alles klar. Weg hier. Viel Spaß dabei. Ich will dann mal... Du packst das schon. Du machst den jetzt fertig. Klar. Hier bist du doch schon mal, zumindest schon wieder voll gedingst. Ich bin voll gedingst. Genau. So. Da ist wieder so ein Feuerschaben-Ding. Ich häng an der... Nicht mehr existenten Säule fest. Richtig. Wow. Das hat ihn gut getroffen. Außerdem, wenn ihr euch einen Panda zulegt, tut ihr natürlich noch was für den Umweltschutz. Wenn ihr euch zwei Pandas zulegt und die dann dazu kriegt, dass sie sich vermehren. Ja, das tut weh. Ja. Der hat dir vorhin in die Fresse gefurzt. Ich merke das schon. Und er furzt dir doch mal in die Fresse. Das ist das einzige Problem, was ich mit diesem Lock-Kamera-System habe. Dass ich nicht... Dass ich mich halt nicht nach hinten umgucken kann. Und deswegen hänge ich halt dann oft fest. Übrigens, auch bei diesem Gegner gilt wieder die alte Dark Souls-Regel. Am Arsch des Gegners ist es am sichersten. Gut, auch nicht immer, aber bei vielen Gegnern ist das schon so eine Faust-Regel, mit der man eigentlich arbeiten kann. Deathcounter hat sein Ding getan. Und Erkeniak, ich muss korrigieren, es ist nicht so, dass ich weder Hund noch Katze will. Ich bin immer noch Fan von beidem. Aber wenn ich die Wahl hätte, Hund, Katze, Panda, gewinnt der Panda. Das ist eine ganz einfache Sache. Ähm... Ähm... Also passt der Dolch nicht unbedingt zum Schild. Also in meiner Welt der Rollenspiele. Technisch gesehen ist das vollkommen richtig. Oh, fuck. Ähm... Nein, ich hab's noch erlebt. Ich hab's noch erlebt. Ja, wegen uns am Ring. Aber... Lustigerweise doch noch. Okay. Zwei Dolche... Zwei Dolche wäre theoretisch ja eine Möglichkeit, aber da haben wir halt keine Verteidigung. Ich weiß jetzt nicht, ob man in diesem Spiel überhaupt so... Im Zweiten geht es besser. Im Ersten eher weniger. Ja, da kann man wenig Dual-Wheel... Na, hier. Keine Chance. Keine Chance. Levi, meine Freundin, ist bei anderen Spielen und anderen Streams dabei. Wie beispielsweise mittwochs um 19 Uhr, also morgen. Ähm... Da ist sie dann auch mit dabei. Dein Freundin. Mein Freundin, genau. Und Schatz, sag mir, wenn du mich hörst, dann kann ich's einfach nochmal wiederholen, bevor ich's jetzt fünfmal sage. Also wenn du mich jetzt vernünftig hörst, dann werde ich's jetzt gerne nochmal wiederholen. Genau. Ich hab ein Auge auf den Chat und werde ihr entsprechend Auskünfte geben über die Hörfähigkeit deiner Freundin. Sehr, sehr gut. So, sie hört dich jetzt gerade, frühen kam Werbung. Alles klar. Ähm... Nicht... Ne, das ist nämlich dieses Feuerdingen. Genau. So, also, es wurde uns einfach der Vorschlag gemacht. Du stehst das dein Ernst? Ich bin extra... Ja, okay, komm. Leck mich doch! Oh, scheißvieh! Wie war das? Ein Controller, der bei jedem Tod ein bisschen Blut abzappt? Genau, richtig. Äh... Schatzi, du laberst Bullshit! Äh... Niemand hat gesagt, dass ich dich nicht dabei haben möchte. Wenn du das nächste Mal bei Dark Souls dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne in die Ecke setzen. Bist du herzlich eingeladen. Wir können auch bei den vielen Toden, die wir sterben... Können wir auch wunderbar dritt rotieren. Genau. Machen wir mal ein Rex-Erik-Schatzi-Special oder sowas. Genau. Ähm... Und... Es ging einfach nur grundlegend darum, Schatz, dass... Du ja eher so der Hundemensch bist, ich eher so der Katzenmensch. Und damit wir uns... Damit wir uns eben entsprechend da nicht entscheiden müssen, hatte der gute Levi einen schönen Vorschlag gemacht, der mir sehr gefällt. Und zwar, dass wir uns anstatt Hund oder Katze einfach einen Panda holen. Und nach zwei Jahren dann eine Panda-Armee. Weiß es nicht, wie deine Gedanken dazu sind? Ich finde diese Idee sehr, sehr gut. Mal gucken. Äh... Ich wollte gerade sagen, Niki ist nicht dafür zuständig, uns den Alk zu verabreichen, weil ich glaube, bei ihr überlebt der selber gerade einfach nicht lange. Ähm... Alles klar. Ähm... Man hat auch gesagt, dann ist das Schild nicht optional, sondern pflicht und macht es... Äh... Können wir halt auch die Hand in... Also die Waffe halt in zwei Hände nehmen. Und machen dadurch mehr Schaden. Und ja, ich bin vollkommen deiner Meinung, Mados. Pandas sind die Emus der Natur. Aber lustige Emus, weil es halt nicht diese Trauer-Langweil-Emus sind, sondern... Sondern halt, äh... Fröhliche Emus, weißt du? Die dir hinterherlaufen, die ans Bein kuscheln, wenn du entsprechend weggehst, weil sie nicht lieb haben. Das machen Emus nicht. Die freuen sich, wenn du weg bist und heulen dann in der Ecke. Genau, also... Niki schrieb dann gerade noch, nein, sie will nicht mit uns spielen. Und, äh... Akaniac meinte dann, sie ist dann dafür zuständig, uns bei jedem Tod Alkohol einzuflößen. Genau, das sagte ich ja auch gerade schon. Genau. Und Wiebke möchte euch gerade ein Kind andrehen. Weil sie meinte halt, wenn man sich nicht zwischen Hund und Katz entscheiden kann, kriegt man halt ein Kind. Kann man machen, muss man aber nicht. Und er... Du standst gerade hinter ihm, hast keinen Schaden gekriegt, das verstehe ich jetzt nicht. Äh, ich stand nicht direkt hinter ihm. So, Mavi Lebensstein, na schön am Abnuben? Ja. Definitiv. Guck's dir an. Sonst hätte ich auch nichts zu lachen. Wäre langweilig, wenn wir das Spiel jetzt an einem Abend durchzocken. Stell dir mal vor, das würde ein perfekter Run sein. Wollte ich gerade sagen. Wir sind hier bei Zocken, äh, Sterben mit dem Bro und ich bei Speedrun, äh, Speedrun. Hättest du dann Spaß, mal Hand aufs Herz. Wenn das nicht so aussehen würde, wie es aussehen würde, dann hättet ihr doch gar keinen Spaß. Und unser Deathcounter hätte nichts zu tun. Das kann doch nicht sein. Davon abgesehen, äh, vielleicht als kleine Erklärung für dich. Ich spiele das First Time. Handsdown keine Ahnung von dem Spiel. Und, äh, der Einzige der Ahnung hat, ist er hier, der Kollege neben mir, der gute Rex. Ähm, ich gebe mein Bestes, aber in dem Spiel heißt sein Bestes geben nicht immer automatisch auch gut sein. So. Genau. Schatzi, ich will auch noch kein Kind. Aber gut, dass wir drüber geredet haben. Äh. Alles klar. Also, wie gesagt, ein Kind, aber nicht ihrs. Von mir aus. Ja. Andere Waffe wäre, äh, äh, wäre sinnvoll. Levi, ich glaube nicht, bei dem Charakter, den wir spielen. Wir haben ja jetzt gerade keine andere Waffe, die zu dem Charakter selber passt. Also. Ja, wie gesagt, was man halt machen kann, ist halt, wie gesagt, rübergehen, äh, ähm, sich das Drake Sword holen. Klar, hätten wir dann eine höhere Image Output. Bäh. Man könnte rübergehen, sich das Uchi Katana holen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Ja gut. Ne, aber guck mal, da, Pluto. Man muss halt auch einfach nur schaffen... Der ist gerade festgebackt, glaube ich. Das möchte der Spiel nur einreden. Siehste? Alles klar. Halt einfach nicht in Sicherheit wiegen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, weg, 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 weg. Äh, Schatzi, das mit dem Sterben nicht so viel wird nix. Aber, guten Lungen und bis gleich. Und wie gesagt, also wenn Rex zu uns kommt, äh, zu uns runterkommt, dann darf er sich anpandern lassen. So ans Bein kuscheln und hinterher rennen. Aber mitnehmen ist nicht. Anpandern lassen. Anpandern lassen, finde ich, ist ein sehr schöner Begriff. Nein! Oh, da. Doch, 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 doch. Nein, also ich... Lebte noch. Guck dir mal an, wie schön ich ihn runterkomme. Ja. Gib mir mal den Chat her. Chat, chat. Ich brauche jetzt tröstende Worte aus dem Chat. Alles klar. Ja, man kann zwischen ein und zweihändig wechseln. Zack. Haben wir das geklärt. Läuft bei dir. Ja, der Blutungschatten, das ist halt die Dolch, ne, das ist halt... Klar macht der jetzt halt nicht direkt den hohen Damage-Output, aber wenn man es halt schafft, oft genug drauf zu hauen, dass man halt einen entsprechenden... Das... Vorsicht, das macht Feuer, 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 Feuer und Tod. Ah, noch nicht. Wenn man es halt entsprechend schafft, den Blutungsbalken beim Gegner aufzubauen durch genügend Schläge. Vorsicht, der setzt sich auf dem Gesicht. Danke. Macht das halt nochmal extra Schaden. Oder halt, was ich persönlich sehr geil finde, wenn man halt hinten rankommt und einen Backstab-Baren-Gegner hat, Backstab macht halt auch richtig schön viel Schaden. Ich würde nicht unbedingt vorher im Fokus stehen. Okay. Da ich aber jetzt gerade nicht viele Möglichkeiten habe, in den zu kommen. Josh hatte ich persönlich in meinem privaten Playthrough auch das Uchi-Katana genommen. Ist eine geile Sache, aber wie gesagt, hier für dieses Let's Play haben wir uns entschieden, nicht das Uchi-Katana zu nehmen, weil es halt auch einfach nicht zu einem Dieb passen würde, sondern eher zu einem Wanderer, eher zu einem, ja, Ninja-agilen Charakter, wie auch immer, nicht zu unserem Dieb hier. Dementsprechend, wir bleiben beim Dolch. Madost sagt, Erik, das machst du gut. Das freut mich. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das gut mache. Bestcounter Error 404, befehlt tröstende Worte, nicht gefunden. Und er setzt sich auf dich. Oh, nein, 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 nein. Da macht er die Beine breit. Und noch einmal. Flatsch. Ach, wie oft ich schon unter diesen Füßen gehangen habe. und jetzt ist er platt nein 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 ich will nichts sagen aber es sollte vielleicht auch mal statt zuschlagen was trinken